Wenn wir verstehen wollen, wie der Beitrag zum Klimawandel zwischen den Staaten als sehr wichtigen Akteuren in der internationalen Politik und auch Klimapolitik verteilt ist, dann müssen wir uns mindestens die folgenden Dinge anschauen. Erstens, jährlichen Emissionen und wie sie sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte verteilt haben. Zweitens, die kumulativen, also historisch aufaddierten Emissionen über diese ganzen Jahre. Und drittens, die Pro-Kopf-Emissionen, also die CO2-Emissionen pro Einwohner der Staaten. Und zusätzlich ist es noch wichtig, wie diese Emissionen berechnet und dargestellt werden, ob nach dem sogenannten Territorial- oder dem Konsumtionsprinzip. Diese Dinge schauen wir uns jetzt an. In dieser Abbildung sieht man, wie sich die jährlichen CO2-Emissionen seit circa 270 Jahren verändert haben. Genau genommen eigentlich seit 170 Jahren, denn in den ersten 100 Jahren ist da eigentlich relativ wenig passiert, zumindest in dem Maßstab. Wie man sieht, sind Europa und dann später auch die USA über den überwiegenden Zeitraum die größten Emittenten von CO2 gewesen. Seit den 1970er Jahren kommen dann die Staaten Ost- und Südostasiens hinzu. Aktuell, seit circa 2005, ist China der größte Emittent, gefolgt von den USA und Europa. Anders sieht es aus, wenn man sich die Emissionen über die vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte aufaddiert, also die kumulativen Emissionen zugrunde legt. Das wird in dieser Abbildung deutlich. Hier wird auch klar, dass die USA alleine schon mehr als ein Viertel des gesamten historischen CO2 emittiert haben, doppelt so viel wie China, das immerhin den zweitgrößten Beitrag da leistet. Was an der Abbildung nicht so gut rauskommt, was aber wichtig zu wissen ist, dass viele Länder in Afrika beispielsweise nur Bruchteile, also weniger als 0,01 Prozent der Emissionen in den letzten Jahrhunderten verursacht haben. Noch einmal anders sieht es aus, wenn wir uns die jährlichen Emissionen pro Kopf anschauen. Da wird dann deutlich, dass beispielsweise China, das Land mit den höchsten jährlichen Emissionen absolut, relativ wenig ausstößt, wenn man das auf die Bevölkerung umrechnet. Klar, große Bevölkerung. Auch wenn dieser Wert seit den 2000er Jahren stark gewachsen ist, liegt er immer noch deutlich unterhalb denjenigen der USA und Australien, aber auch unterhalb der Pro-Kopf-Emissionen von beispielsweise Deutschland oder Österreich. Indien, obwohl auf Platz 3 der absoluten Emissionen nach Ländern, ist hier sehr, sehr weit hinten, Platz 126. Die vordersten Plätze der Pro-Kopf-Emissionen werden übrigens von den kleinen, ölproduzierenden Ländern im Mittleren Osten belegt. Die sind hier in der Grafik nicht aufgeführt, weil die die Darstellung verzerren würden und weil das vor allem an den produzierten, aber auch exportierten fossilen Energieträgern liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017